Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unabwecklich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greiming Götzer, tausende modernen Strahljäger zur Verfügung stehen.